Lass uns über die beiden Einzelnen noch mal sprechen. Du kennst Flick gut. Kann man mit Hansi Flick überhaupt Streit haben? Nein. Eigentlich nicht. Wie schafft es denn Hasan Salihamidzic? Das ist doch nicht. Ich weiß es nicht. Nochmal, nochmal. Wie ist der Hansi Flick als Typ? Mati, ich weiß ja, dass du jetzt irgendwie hoffst irgendwelche... Ich hoffe gar nichts. Doch. Ich will doch lernen. Du kennst die beiden gut. Ich weiß die Internas nicht. Es ist so. Der Trainer möchte entscheiden, wer bei den Spielern mehr mitreden. Und der Sportvorstand sagt, stell du auf, ich kauf einen. Du weißt ja doch mehr als ich. Na, das weißt du auch. Dass das der Kern ist, dass es um die Transfers geht, dass Hansi Flick nicht glücklich ist. Das weiß ich nicht. Das hat er ja selber gesagt. Er hätte auch gerne einen Schuppo Moteng, Entschuldigung, den hat er ja gekriegt, einen Hatznodoy zum Beispiel bekommen. Andere Namen und nicht das, was dann am Ende gekommen ist. Mati, ihr wisst ja immer mehr. Ihr seid ja immer mehr im Thema drin, weil ihr es täglich macht, als wenn ich jetzt... Aber du kennst die beiden Typen. Mir geht es um den Mensch. Der Mensch Braco, mit dem hast du doch Karten gespielt früher, Schafkopf. Geiler Typ. Auch da so aufbrausend, wie man ihn jetzt manchmal erlebt? Flogen die Karten da durch die Gegend? Also wo kommt der Braco her? Aus Bosnien. Der hat Leidenschaft. Der hat Temperament, Leidenschaft. Hansi hat auch brutale Leidenschaft für diesen Verein, für seine Jungs, für seine Spieler. Und dass da mal scheppert, ist doch ganz klar. Nur, ich sag halt einfach von außen jetzt so, Jungs, reißt euch doch zusammen. Schaut doch mal, was ihr habt. Hebt den Kopf und sagt, okay, wir lassen uns nicht beschleunigen. Weder von den Medien, noch von den Fans, noch von den Erwartungen. Sondern, was können wir? Was haben wir? Und dann kommt man zu dem Schluss, da müssten sie zu dem Schluss kommen und sagen, ja eigentlich ist es ganz geil, wenn wir uns gemeinsam haben und gemeinsam unseren Weg gehen. Wer ist wichtiger für den FC Bayern? Flick oder Salihamidzic? Kann ich nicht sagen. Also auf jeden Fall haben wir einen der weltbesten Trainer bei Bayern und einen Manager, der seinen Job super macht. Wie ist dein Bauchgefühl? Sind beide noch da in der kommenden Saison? Mati, 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 das letzte Mal bei meinem Bauchgefühl war ich schwanger, also jetzt komm. Du hast letztes Mal auch einen tollen Impuls gesetzt und eine Diskussion um Lothar Matthäus angestoßen, die sehr sehr riesig geführt worden ist. Ist ja auch richtig. Stehe ich auch noch zu. Was sagt dein Bauchgefühl? Sind beide im kommenden Jahr noch bei Bayern? Mati? Bauchgefühl. Ich verlasse gleich das Studio. Oh Gott, aber dann hätten wir auch... Skandal, Eklat. Achso, okay. Das hilft dir auch nicht, sag ich dir. Welcher Job ist denn schöner? Bayern-Trainer oder Bundestrainer? Kommt drauf an, wie du dein Leben gestalten möchtest, welche Lebensqualität du haben möchtest. Ob du sagst, ich will in dieser täglichen Arbeit mit einer Mannschaft, die ich sehr mag, mit der ich Erfolg hatte, bleiben. Oder du sagst, okay, so sporadisch und damit unterstelle ich jetzt Jogi Löw überhaupt nicht, dass er nicht viel arbeitet. Aber es ist was anderes täglich auf dem Trainingsplatz als einmal im Monat.